Jetzt wieder Kategorie F2, das heißt Silvesterfeuerwerk für jeden zugänglich. Dann auf der Position Nummer 22 von Fuhrwerk Total, ebenfalls ein Bombenrohr-Set mit vier Stück drin, El Monstro, allerdings mit viermal dem gleichen Effekt, das heißt ein reinsortiges Bomben-Set. Wir zeigen zwei Stück oder von mir aus auch alle vier, wie die Kollegen lustig sind. Haut raus, sagen sie hinter mir. Gebstoff, mehr. Fuhrwerk Total, beziehungsweise Dezibull heißt die Produktreihe El Monstro. Der Preis ist jetzt 6,95 für die vier Dinge, bei uns im Shop, natürlich bei Röder Feuerwerk, Online Shop. Ihr Händler, Ihres Vertrauens für Feuerwerk. Position Nummer!